Eine Warnung für den Benutzer. Liebe Online-Gemeinde, heute haben mich der Heilige und die Lesung nach Markus irgendwie davongetragen und es dauert 8 Minuten 15, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also große Warnung. Guten Tag liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 13. Januar. Das ist mal wieder ein Heiliger, dessen es heute zu gedenken gilt, der heilige Hilarius von Poitiers. Der Hilarius ist der von Herzen fröhliche und das wird er auch gewesen sein wegen der Erkenntnis Christi, die alle andere Erkenntnisse übertrifft und die von Herzen froh macht. In einer ganz schwierigen Zeit mit vielen Auseinandersetzungen im 4. Jahrhundert. Er ist erst im Erwachsenenalter getauft worden und dann haben ihn die Christen in Poitiers zum Bischof gemacht. Er hat entschieden für den altkirchlichen Glauben gekämpft, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes genannt und geglaubt werden muss und nicht das erste und vornehmste Geschöpf der Schöpfungsmittler. Das war die philosophisch plausible und vor allem in der Politik sehr geschätzte Lehre der Arianer. Die Kaiser waren öfter arianisch und mit dem Kaiser bekam es der heilige Hilarius dann zu tun, ist in den Osten des Reiches verbannt worden, weit, weit weg vom schönen Frankreich. Er hat da aber nicht geschmolkt, sondern hat sein Hauptwerk verfasst über die Dreifaltigkeit. Er durfte nach Poitiers zurück und ist 367 dort gestorben. Wie oft die Heiligen hat er die Schrift gut gekannt und geliebt. Er war auch ein bescheidener Mann, das gehört zur Herzensfröhlichkeit dazu. Wenn man zu aufgeblasen ist, dann bleibt für Fröhlichkeit nichts mehr übrig. Es blieb mir nichts anderes übrig. Mit meinen ungeschickten Worten versuchte ich, die unaussprechlichen Mysterien zu erklären. An die Zufälligkeiten der menschlichen Sprache lieferte ich die Geheimnisse aus, die eigentlich in der gläubigen und ehrfürchtigen Seele verwahrt bleiben müssten. Ja, das ist schön gesagt, die Zufälligkeiten der menschlichen Sprache allerdings hat Hilarie und unser Herr und Meister sich diesen Zufälligkeiten auch ausgeliefert und hat sich da mitten reingestellt und auch nicht geschont und keine Glacierhandschuhe angezogen, keine Schutzuniformen. Heute sehen wir ihn zur Schwiegermutter des Petrus gehen. Das ist jetzt das dritte Stück aus dem Anfang des Markus-Evangeliums. Ich war jetzt schwer hin- und hergerissen, weil daneben läuft der wunderbare Hebräerbrief und jetzt am Anfang bekommt man einen besonderen Sinn für diese einmalige Schrift eines ungenannten Autors. Aber ich muss es einfach links liegen lassen, leider, ich kann es Ihnen nur zum Nachlesen empfehlen und muss im Evangelium bleiben. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In der Frühe, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa Predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ja, also erstmal die Schwiegermutter des Petrus, heute nicht aus kirchenpolitischen Gründen, sondern wegen ihres Fiebers. Jesus kommt in das Haus, das man übrigens heute noch ahnungshalber sehen kann, am See. Und, also die Mauern dieses Hauses, wo Petrus zu Hause war, und da kann man sich vorstellen, in einem dieser Kämmerchen lag die Schwiegermutter. Die waren aber, die Männer waren nicht bei ihrem Zimmer, sondern die Männer, heißt es, redeten mit Jesus über sie. Also vielleicht waren sie auch schon eine Zeit lang nicht mehr bei der Schwiegermutter gewesen. Vielleicht hatten sie Angst, sich anzustecken. Das wäre ja ein ganz modernes Gefühl. Und Jesus belässt es aber nicht, mit seinen Jüngern über die Frau zu reden, sondern er lässt sich berichten und dann geht er zu ihr. Also er überwindet diesen Abstand. Und vielleicht trifft er sie ja auch schon in einem Zustand an, in dem das möglich ist und angezeigt ist, was er dann macht. Nämlich er berührt sie mit der Hand, mit der wir jetzt nicht richtig etwas machen dürfen in diesen Wochen und Monaten. Dürfen ja niemand anfassen. Also er nimmt sie an der Hand, heißt es, und richtet sie auf. Und da kommen Bewegungen von Jesus zu ihr und von der Frau zu Jesus zusammen. Und das Aufrichten ist nicht ein Hochzerren von jemand, der eigentlich lieben bleiben müsste. Das ist keine Heilung dann. Sondern das Aufrichten ist eine Aktivierung der Kräfte, die in dem Menschen selber sind. Und also er bringt das Innerste in ihr zum Leben und stellt so den ganzen Menschen wieder auf die Füße. Und deswegen freue ich mich auf die Zeit, wenn wir einander auch, also über den engsten Familienkreis hinaus, einander auch wieder die Hände geben dürfen. Es ist etwas Wunderbares, um das sich die Hand geben und einander Beistand leisten und miteinander Hand in Hand durchs Leben gehen. Und manchmal eben auch einen, der eine Niederlage erlitten hat, wieder aufrichten. Ja, und dann heilt er viele, treibt viele Dämonen aus, heilt viele Kranken, aber viele sind es, nicht alle. Und dann ist irgendwann der Tag und die Nacht vorbei und alle gehen erschöpft nach Hause. Aber es waren eben nicht alle geheilt worden. Und Jesus geht nicht schlafen, sondern er geht beten. Das tut er öfter, wenn er sich einkriegen muss. Vielleicht war der Erfolg so gewaltig, den er an dem Abend erzielt hat, dass er sich ins Verhältnis bringen musste mit seinem himmlischen Vater, sich seiner Sendung vergewissern, seines Sohnesgehorsams. Ja. Und vielleicht auch sich stark machen gegen die Versuchung, die dann kommt, nämlich die finden ihn, seine Jünger, und dann sagen sie ihm, alle suchen dich. Heißt ja auch vielleicht, alle möchten, dass du jetzt sofort hier bleibst, hier dein schönes Lager aufschlägst, deine Praxis aufmachst. Und nicht nur alle hier aus Bethsaida heilst, sondern dann auch noch alle anderen, die jetzt noch hierher kommen mögen. Und damit auch das Dorf noch etwas davon hat, dass du hier bist. Und dieser Versuchung zur Sesshaftigkeit und zum Festgelegtwerden, dem entzieht sich Jesus. Und das bricht er ab und dann lässt er den Anfang und hat den Jüngern gezeigt, wie der Glaube an die Heilandsmacht Gottes einen nach oben bringen kann. Und dann geht er weiter, denn noch viele andere warten. Ja. Wir sind die, die er an den jeweiligen Stellen positioniert hat und zurücklässt für die anderen. Und in seiner Kraft können wir andere berühren und aufrichten. Gott segne und behüte sie alle. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!